Jetzt Kurz nach Kurz nach Gestern beim Friedensfest in Städelon in der Nähe von Rostock auf der Bühne auch Carsten Troike. Mit dem Friedensfest und deren Akteuren hat sich kritisch auseinandergesetzt unser Kollege Jürgen Eger. Im Gegensatz zu seiner scharfen kurzen Polemik »Wieder die junge Welt« hat sich unser Kolumnist hier wortgewandt in epischer Breite zu Wort gemeldet. Möge sich niemand angemacht oder gar beleidigt fühlen, breiter Diskurs soll mir wichtig bleiben. Und zum Kern der Aussagen von Eger, da ist schon etwas dran. In der DDR gab es eine Besonderheit. Stärker als in anderen ehedem sozialistischen Staaten wurde hier auch zu weiten Teilen das linke Personal mit Personen aus dem Westen besetzt. Somit ging von Anfang an eine linke Sicht, wie sie in der DDR vorherrschte, verloren. Das beklage ich seit fast 20 Jahren. Das war auch mein Ansatz, als ich vor über 10 Jahren mit Günther Herth in Berlin auf eine Theaterbühne stieg, um dort seine Dokumentationen oder auch seine schwarzen Kanäle zu zeigen. Bis heute meine ich, ohne diese Art die Dinge zu sehen, ist es unmöglich, Russland zu verstehen oder auch den jetzigen Konflikt. Gestern war hier Wladimir Solowjov zu hören, kurz. Da ist viel von unserer alten Sicht enthalten. Ändern kann man das nun nicht mehr, aber die entsprechende Meinung weitergeben. Das möchte ich nun tun. Jürgen Eger Der Marabu macht Reklame für ein Friedensfest am 10.06.2023 in Städelow bei Rostock, Territorium der Deutschen Demokratischen Republik und nicht etwa auf Sylt oder bei Hannover oder, oder, oder. Das Motto ist die freie Rede. Nein, die Macher und Protagonisten sind nicht für die freie Rede. Sie sind für die freie Rede der Westler und das Wohn- und Auftrittsrecht der Westler auf dem Territorium der DDR. Sie fordern von den anderen Westlern, von denen, die aktuell das Sagen und Bestimmen haben, also für ihr Westler-Dasein ein, was das Regime immer schon versprochen hat, was die Westler als richtig und real in der Schule gelernt haben, was ihnen zustehe, die Freiheit der Meinungsäußerung und lernen nun seit drei Jahren, was wir in der DDR schon in der Schule gelernt haben. Alles Lug und Trug. Diktatur der Bourgeoisie hieß das bei uns. Im Stabü, im Staatsbürgerkunde Unterricht, weil Marx es so geschrieben hat. Um seit 2020 gelernt zu haben, dass es diese Freiheit gar nicht gibt, muss man aber vorher kräftig gepennt und weggeguckt haben. Klar, der Westler, der seit 1990 in seine neue Wohnung im Prenzlauer Berg eingezogen ist, hat sich nicht und nie dafür interessiert, welcher DDR-Geborener wie, warum aus derselben Wohnung geflogen war, zuvor vertrieben wurde, wie ich, Anfang der 1990er. Die Westmänner, die seit 1990 mit DDR-Mädels vögelten, haben sich nie dafür interessiert, das und warum sich ihre Westmädels lieber untenrum zulöten ließen, als eine DDRler ranzulassen, wie auf den Sklavenhalter Baumwollfarmen in Nordamerika die weißen Weiber keine Neger ran ließen und wie diese Asymmetrie Nazis machte auf DDR-Territorium. In den 1990ern fehlten in Meck-Pomm zehntausende junge Mädchen und aktuell kommt in Ostsachsen auf drei junge Männer nur eine junge Frau. Das mögen die Westler. Ich erlebe dieses Fordern von Westlern seit mehr als eineinhalb Jahren in Berlin vor Ort, wie auch ein weiteres Mal die freie Rede versprechen der Wir-sind-viele-der-Basis-Leute und ähnliche. Es ist so falsch wie das der Regierenden und Sendenden. Ein wenig entlastend möchte ich hinzufügen, es kann unter den Bedingungen dieser Diktatur von Unteren gar nicht eingehalten werden, selbst wenn sie wölten. Weniger entlastend, keiner dieser Forderer und Versprecher hat sich jemals bemüht. Ihnen genügt das Versprechen und sie genügen sich mit diesem, wie die, die regieren, von denen sie es fordern. Fast schon belustigend für unser Ein sind die kulturellen Äußerungen dieser innerhalb der Systemideologie opponierenden Schunkellieder, Gruppenbekenntnisse in Versen und einfachsten Musikbegleitungen. Das ist nichts anderes als FDJ-Singebewegung auf dem Bitterfelderweg in minderer Qualität. Wie die MVZ, die medizinischen Versorgungszentren, der mindere Versuch sind, die Vorteile der DDR-Polykliniken nachzuahmen. Denn damals, ab den 1950ern und 1960ern, organisierten die DDR- und SED-Autoritäten die Qualifizierung dieser Gesänge. Könner, Meister wie auch junge Dichter und Musikertalente wurden mit den Sangeswilligen zusammengetan. Räume und Instrumente und finanzielle Mittel wurden bereitgestellt und so weiter von der Gesellschaft, vom Staat. Das fehlt heute selbstverständlich. Muss man sagen. Heute gibt es ebenfalls die Kombination von Könnern und Willigen, allerdings auf der Basis der kommerziellen Verhältnisse. Die Rodrians sind Könner, aber sie singt Englisch. Lühl ist ein Könner, Alternativ-Schunkel-Spezialist der West-Berliner 70er und 80er. Die einen wie die anderen, Westler, Besatzer, Marktanteile, Beansprucher. Lühl ist ja der Urheber des Mottos, ich bin die freie Rede. Es ist Titel und Inhalt eines seiner Lieder. Der Autor vergisst aber zu erklären, warum der Westler im Berliner Prenzlauer Berg seine freie Rede vertritt, ihm aber die Stummschaltung der DDR-Bürger in Prenzlauer Berg und anderswo keine Zeile, kein Gedanke wert ist. Der kleine Halbtürke Luis verkauft West-Ideologie, Idiotien und Asozialitäten als Links. Und alle dürfen mitschunkeln. Auch DDR-Geborene und Nachgeborene dürfen den Verzicht auf Vernunft, das Fehlen jeglicher Kritik, die Verunmöglichung des Widersprechens nun beklatschen und mitsingen. Und die älteren Mädels, die mit den Beet-Reflexen, tun dies besonders gern. Überall auf der Welt hat der Luis coole Leute getroffen, denn er hat, scheint's, überall auf der Welt schon gelebt. Ich finde das einigermaßen asozial. Vorrecht weiß aussehender Menschen aus Mittelwesteuropa und Nordamerika und der weißen Englisch-Muttersprachler aus ehemaligen Kolonien wie Australien, Neuseeland und so weiter. Warum steht die Welt heute auf der Kippe, wie vielfach beklagt wird, wenn alle so cool sind? Warum ist cool etwas Lied Lobenswertes? Weil es Englisch ist? Weil die Amis uns erfolgreichst diktieren, wie wir sprechen und singen und tanzen und auch darüber, welche Ami-Politik wir mitmachen müssen? Mit dem Bevölkerungsaustausch im Prenzlauer Berg seit 1990. 1997 meldete die Springerpresse 80 Prozent der Ureinwohner seien vertrieben worden. Die Wörter Ureinwohner und vertrieben kamen selbstredend gar nicht erst vor. Ich bin einer dieser Vertriebenen. Auch deshalb darf ich bei den Ich-bin-die-freie-rede-Propaganda-Heinnessen nicht mitreden. Wird meine Freiheit nicht eingefordert, denn sie stünde gegen ihre. Während mir die Antifanten in der Starrgarda-Straße zukeifen, einer der Staatsdenunzianten hatte mich identifiziert. Ich solle nach Hause gehen. Die einen Westler vertreiben mich, die anderen Westbezahlten keifen mir 30 Jahre später zu. Was gar nicht geht. Der Prenzlauer Berg ist mein Zuhause. Wenn ich in diesem bin, kann ich nicht dorthin gehen. Das geht gar nicht. Der kleine Halbtürke empfiehlt mir und uns immer wieder Dutschke und King als Vorbilder. Beide haben sich erschießen lassen. Aha, deshalb wohl. Soll er uns die als Vorbilder empfehlen? Ich darf niemals kritisch widersprechen. Und dann gibt es auch noch den Quoten-Ossi. Wie seit 1990 zumeist, wenn die Westler Demokratie simulieren. Der heißt hier Träuke. Ich kannte seinen Vater, den alten kleinen Josch und wir schwatzten des Öfteren auf der Prenzlauer, als wir beide noch anerkannte DDR-Bürger Menschen und Prenzlauer Berger waren und uns dort über den Weg liefen. Er war ein sanfter, freundlicher kleiner Mann, der Anfang der 90er auch an den Stasi-Pranger genagelt wurde, wenn ich es recht erinnere. Träukes Inklusion, in die Wir-sind-viele-basis-frei-Rede erfolgte, weil einer der Ansager vor der Gethsemane-Kirche ihn auf einer künstlerischen Veranstaltung gesehen habe und sogleich begeistert war, erklärte uns und mir der Westler. Daraus ergibt sich die gesellschaftliche Regel, wer von den Westlern als Künstler zugelassen wurde ab 1990, der kann auch gesehen werden, der wird dann auch gefunden, der darf dann Jahrzehnte später protestierend mitsingen. Und wer singen darf, darf auch reden, wie im TV, so auf der Straße. Wer von dem Besatzer nicht zugelassen ist, wird auch nicht gesehen, ist nie Sänger gewesen. Träukes Wir-sind-viele-Widerstandslied finde ich falsch. Die Aussage ist, jeder soll leben, wie er leben will. Eines der oben schon erwähnten Schunkellieder. Das mir einmal mehr zeigt, welchen Kulturwandel es seit der Besetzung gegeben hat. In der DDR hätte man sich mit großer Wahrscheinlichkeit mit dergleichen lächerlich gemacht. Schon der Vierviertel-Takt-Glückseligkeit wegen. Jedenfalls wäre das Lied sicher intern und oder öffentlich hart professionell kritisiert worden. Denn in der DDR wurde man als Künstler noch kritisiert. Also jeder soll leben, wie er leben will. Hm, genau das machten und machen doch, wie es scheint. Merkel, Scholz, Drosten, Wieler, Spahn, Klabauterbach, Will, Maischberger und all die anderen. Wie kann man gegen deren Tun und die Ergebnisse ihres Tuns opponieren und ihnen per Protestlied gleichzeitig zugestehen, dass sie das können sollen? Der Kulturwechsel ist einer weg vom Inhalt, weg von der inhaltlichen Aussage hin zu dem Prinzip, er singt bei uns, also muss es richtig sein. Also sind wir gemeinschaftlich gegen die anderen. Denn das läuft auf beiden Seiten so. Die Staatsantifanten sind oft in ihrem Musikkrach, den sie zum Stören über die Straße senden, ebenso falsch. Die dementsprechende Umkehrung ist dann die Kontaktschuld. In DDR-Rock wie auch in Liedermacher-Konzerten hat man gemeinsam zugehört. Heute hüpft und springt man in der Masse, wie in der Wehrmacht die Massen im Gleichtakt marschierten. Und man brüllt heute mit, eine Art Vergatterung. Meine Verschwörungstheorie dazu, früher nannte man das einfach These, Man kann auf Dauer nicht hüpfen und gleichzeitig denken. Und wer gleichgeschaltet hüpft, neigt dazu, gleichgeschaltet das zu denken, was die Hüpftakt-Vorgeber brüllend ausgeben. Und wenn der Widerstand sich im Schunkelzustand befindet, schunkelt er sich in den Zustand des Eingelulltseins. Die Aussage, jeder soll leben, wie er leben will, fällt hinter den Kantschen Imperativ zurück. Die Wahrheit eines Lieds muss nicht die der Philosophie und nicht die der Welt sein. Die Wahrheit der Kunst ist eine andere. Diese kann und darf aber nicht jener entgegen argumentieren. Ich bin dagegen, dass jeder Kriegstreiber, Volksverhetzer, mächtige, reiche, dumme, dass jede Trampolinspringerin, Emma-Chefin, Lafontaine-Bettgenossin und so weiter leben, wie sie wollen und leben. Ich bin dagegen. Ich fühle es so stark, dass ich es weiß. Ich, 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 ich bin dagegen. Es gibt noch andere, die dagegen sind. Gegen die bin ich auch. Ich lasse sie nicht gelten, weil ich der Einzige bin, den ich gelten lasse. Ich, 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 ich bin dagegen. Und die anderen sagen dauernd, kommt zu uns, dass wir gemeinsam dagegen sind und etwas tun. Wir sind dann stärker, sagen sie, auch wenn wir verschiedene sind. Immerhin, das von ihm Gesagte erschien in künstlerischer Brillanz auf der zweiten Langspielplatte des Jürgen Eger 1988 die ja eklektische Liedersprüche. Mir ist wichtig, bei einer Sache wie Frieden mit auf der Bühne zu stehen. So wie geschehen bei Rostock. Sonntag, 11. Juni 2023. Schöne Vorstellung, auch ordentlich Publikum. Sehr, sehr schöner Veranstaltungsort, faire Preise. Ergänzende Worte meinerseits zum Friedensfest. Alle Akteure wurden meinerseits vor Ort interviewt. In Langform in Sendungen auf Radio Marabou und DDR1 in Kurzform folgende Woche in der kleinen Audiodatei. Zum Publikum, so links, dass nicht im Ansatz ein Recht zu sehen war. Aber auch links, wie Eger formulierte, westlich links, auch wenn Geburtsort und oder Wohnort ununterbrochen im Osten lagen. Gut ausschauende, erfolgreiche Menschen. Gut gekleidet, frisiert, einen gebildeten Eindruck hinterlassen. Das beste Kulturpublikum, was man sich wünschen kann. Ich stelle mir vor, wie ein Eger hier auf der Bühne gewirkt hätte. Überzeugt bin ich, sein stringenter, hervorragender Eisler hätte geklappt. Aber hätte man seine verdammten Stalinisten verstanden. Wir sind es in Jugendweihe und auch noch völlig frei vom Nazibott. Danach Lehrstelle oder Studium für jeden Welchkomplott. Wegen das Jugendrecht auf Faulheit, Afghanistan, Tod und Hartz IV. Dann triebte uns noch vom Ich zum Wir. Wolltet die Wiednix zum Pflegeleichthygienischen Kurzhaatsschnitt überlisten. Auch das ging ja bekanntlich voll daneben. Verdammte Stattes. Hätte einer der Gäste einen meiner Auftritte vor zehn Jahren in einem kleinen Theater in Berlin besucht, als ich gemeinsam mit Günter Herth schwarze Kanäle und alte Dokumentationen aufführte, hätte das jemand verstanden. Nicht rief ich von der Bühne, es lebe die DDR, das tat sie ja nicht mehr. Mir ging es um Erinnerung an einen Blick auf die Weltgeschehnisse, den wir vor 1989 pflegten. Ich fragte mich damals schon, können wir Russland ohne diese Sichtweise verstehen? Sind wir zum Unverständnis verdammt? In Russland, übrigens auch ein kapitalistisches Land, unter Putin gar ein provestliches, sieht man die Dinge aber so, wie wir sie damals sahen. Auch in anderen postsozialistischen Ländern, von China, Indien, Lateinamerika, ganz zu schweigen. Und so kann ich dem Eger heute einen gewissen Triumph gönnen, den er selbst nicht genießen kann. Der Antifaschist, Kommunist, Stalinist will nicht so wenig wie Waffenlieferungen und Krieg. Auch ein Schnitzler hätte das nicht gewollt, wenn Eger heute sagt, du kannst nicht ihre Autos fahren, ihren Tourismus genießen, ihren Luxus ohne ihre Kriege. Ja, gewissermaßen erheitert es mich. Ein anderer Künstler gewann kürzlich einen Preis in Moskau. Verdammte Stalinisten! Und wenn ich reise, denn diesen kann ich zuge, noch schwimmen, in der gleichen Nebeldunst, hätt' ich den Wunsch, ihr hörtet meine Stimme, der ich euch ließ, zum Brück mit meiner Kunst. Auf Telegram schreibt Tino Eisbrenner. Wenn es uns tatsächlich um Frieden in der Ukraine ginge, hätten wir längst unzählige Möglichkeiten, Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen. Möglichkeiten, bei denen keine Seite das Gesicht verliere. Wir könnten mit Sanktionslockerung winken, wir könnten Waffenlieferungen oder Truppenbewegungen stunden, wir könnten gemeinsam gebildete Gremien wieder aktivieren, aus denen wir Russland lange vor Beginn dieses unseres weltweit liebsten Krieges rausgekickt haben. Schließlich sind wir noch immer die Bürgen für die Einhaltung des Minsker Abkommens. Stattdessen 26 Sanktionspakete gegen Russland, immer gefährlichere Waffenlieferungen, Entsendung von fremden Legionen, NATO-Manöver, deutscher Kriegstanz in jeder nur möglichen Weise, sogar gegen die russische Kultur. Aber hätten wir nicht die Pflicht, uns mindestens zurückhaltend bis neutral zu verhalten, statt uns als Speerspitze der NATO aufzuspielen, eine Zurückhaltung, wie sie uns aus denselben Gründen, zum Beispiel gegenüber Israel, gelingt, Unheil vom deutschen Volke abzuwenden. Aber unsere deutsche Politik hat wohl daran keinerlei Interesse. Tino Eisbremse Frieden, dieses merkwürdige und ins Grundgesetz geschriebene Ding, heißt auf Plattdeutsch Frieden und ist das Wort des Jahres, publiziert der Norddeutsche Rundfunk. Bekannt gegeben haben das, Anfang Juni der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Rostock. Eine Jury hatte das Wort aus 200 Einsendungen ausgewählt. Zitiert wird eine Plattdeutsche Redensart. Leiver drückt Brot in den Fräden als Kauken und Braten ins Triet, lieber Trockenbrot im Frieden als Kuchen und Braten im Streit. So wohlig es klingt für mich als in Thüringen geborener, bleibt es eher ein Geräusch. Ich, der ich jahrelang Aussagen wie das Örste bekämpfte. Es war ein langer Weg zum Ersten. Sie wissen ja, ein bekannter Sauna auf Großen Thüringen heißt auch Birke. Bleiben wir aber beim Ersten. Business Insider Deutschland vom Springer Verlag berichtet, das Erste Bundesland plant einen Gehaltsdeckel für einen ARD-Intendanten. Die hohen Gehälter sind umstritten. Sie wissen ja, ich würde nach Beamtentarif bezahlen. Gerne nenne ich auch das Bundesland, das Saarland. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich auf dem Evangelischen Kirchentag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark gemacht und einige seiner Kollegen kritisiert. Vor allem kritisiert eine Debatte über den Rundfunkbeitrag. Beitragsfrei, hier die kleine Audiodatei. Apropos Kirchentag. Hier wurde ja schon fleißig geworben. Für Waffenlieferungen, für Rundfunkbeiträge und offensichtlich auch fürs Vegetarische. Bauern und Metzger wüten gegen den Fleischspann. Beim Kirchentag berichtet der Münchner Merkur, das habe mit Christentum nichts mehr zu tun. Im Bauernverband und Fleischerinnung sind erzürnt über das vegetarische Frühstück beim Kirchentag zu Nürnberg. Zitiert Günther Felsner. Zitat daher, müssen auch Fleisch und tierische Produkte auf dem Speiseplan stehen, damit die regionale Landwirtschaft und das örtliche Handwerk wie Metzger und Bäcker unterstützt werden. Wie ich immer sage, deutsche Wurst, alles andere ist Käse. Die Berliner Zeitung zeigt uns Sarah Wagenknecht. 24 Prozent würden ihre Partei wählen. Befragt beim Nachrichtensender Welt vom Springer Verlag zur Gründung einer neuen Partei. Weder ein eindeutiges Ja, noch ein klares Nein. Die dpa lässt uns wissen, Zuwanderung sorgt für größten Bevölkerungszuwachs. Ich ergänze, Addition sorgt für Zahlenzuwachs. Vielleicht morgen bei der dpa, überfahrene Füchse senken den Fuchsbestand. Ich erzähle ihnen dann etwas über Subtraktion und auch, wie sie sich eine Scheibe Knäckebrot mit Butter beschmieren. Morgens zum Frühstück. Alles, überall, unter jede, also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter. Eine der gefährlichsten Städte in Nordrhein-Westfalen wird uns vorgestellt. Münster. Sind dort nicht diese Tatortkommissare aktiv? Wie hießen sie noch gleich? Hauser und Kienzler? Gottlei und Krim. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte wieder mit Wladimir Putin telefonieren. Kennt den Jingle noch jemand von Jugendradio TT64 aus meinem Schallarchiv? International Polen bestreitet eine Verwicklung in die Nordstream-Sabotage, berichtet der ORF. Klärt Nordstream 2 auf. Erneut gibt es Massenproteste in Israel. Der Staat feiert sein 75-jähriges Jubiläum der Staatsgründung. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump greift das US-Justizministerium an. Er nannte Anschuldigungen lächerlich und unbegründet. Der kanadische Premier Trudeau besucht Kiew. Frankreich warnt den Iran vor Drohnendieferungen an Russland. Auch Annalena Baerbock war beim evangelischen Kirchentag. Sie meint, für den Weltfrieden muss man Farbe bekennen. Because we are fighting a war against Russia. Rot geworden ist sie dabei nicht. Nachdem es nun wirklich genug Bilder im Netz gibt, berichtet auch die Tagesschau, das russische Militär will vier Leopard-Panzer zerstört haben. Merkst du, Leo? Den Arsch reißen sie uns auf. Der letzte noch in Betrieb gewesene Reaktor im Atomkraftwerk Chaporange wurde abgeschaltet. Das britische Verteidigungsministerium berichtet von Fortschritten. Teilweise Fortschritte. Nicht bei sich zu Hause in der Ukraine. Zivilisten wurden getötet bei Angriff auf Odessa. Es berichtet die ukrainische Seite. Die russische Seite berichtet sie unter Bräche drei Versuche, Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zu verlegen. Generalleutnant Igor Konaschenkov. Offensive ukrainische Operationen waren erfolglos. Angriffe im Frontabschnitt Zaporosche, Artyomowsk, Krasny Liman und Kherson wurden zurückgeschlagen. Getötet 700 ukrainische Soldaten, die gerade schon genannten Leopardi, Fahrtpanzer, fünf weitere, zwölf Schützenpanzer, ein gepanzerter Mannschaftstransportwagen, Pickups, Kampffahrzeuge, Artilleriegeschütze und drei Munitionsdepots. Der Vizeleiter des russischen Sicherheitsrates, Dimitri Medvedev, auf Twitter, auf Zwitscher über die Pläne des deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall zur Panzerproduktion in der Ukraine. Zitat, bitte genaue Koordinaten des künftigen Werks zu schicken. Medvedev, ein großer Humorist. Für Dimitri aber nicht vergessen, die Witze in der Audiodatei mache ich. Heute 16 Stunden Sonnenschein. Es wird etwas wechselhafter.